Hallo! Jetzt ist es so. Nein, jetzt ist es so. Nein, ich habe es nicht. Das ist einfach. Dann ist es einfach. Jetzt immer noch die Finger drin. Jetzt ist es immer noch. Jetzt ist es denn. Jetzt ist es. Jetzt ist es. Jetzt ist es. Jetzt ist es. Das hattest du schon? Das ist auf jeden Fall eine absolute, oberwillige Trauerung gekommen. Musik 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 Die müssen soll sich hier aktivieren. Ja, man, denken hier Konkern dass er immer in Und dann denke ich schon, um Limbo zu unterstützen. Ja, Mir. Das ist nicht möglich, aber es gibt so viele Dinge, die wir hier haben. Wir müssen hier unten sehen, und rechts die Kooten. Ich habe hier noch ein paar Dachshunders. Ich weiß nicht, was das hier drin? Gut, einmal ein Zwitschge. Gut, schon da habe ich stehen. Falten. Da könnte ich ja fast schiebisch machen. Schokolade. Ja, warte, ich komme. Jetzt sind doch keine. Sehst du, dass ich eigentlich noch geschlagen habe? Ich bin schon mal ein paar Jahre alt. Ich bin schon mal ein paar Jahre alt. Ich bin schon mal ein paar Jahre alt. Ich glaube, ich spiele mal ein bisschen drauf. Ich denke, ich glaube, ich muss es zu, als hätte ich eineelmaßtage vollkommen. Musik 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 Ich denke, wohnlich sieht es aus, wohnlich. Übrigens noch, wenn man die Sitzbank rausnimmt und das jetzt so runter legt, dann macht man ihn rein. Hier steckt man. Jetzt kannst du das. So, Schäuellade. Tobi-Version. Die Musik. Ist gut. Hier ist der Kumpf. Wie bist du denn hier drinnen? Wieso kann man nur mit Kappen fangen? So muss man auch mit den Ecken fangen. Du siehst mal die Größe liegen. So muss man nicht sehen. Jetzt ist das mal he. Du siehst nicht, was das für ein Zehn ist. Oh, oh. Die Schindel ist raus. Du kannst auch da rein gehen. Du kannst auch da rein gehen. Du bist ja. Du bist da rein. Du kannst da rein drüber hin. Hier kommt noch etwas. Hier kommt noch etwas raus. Jetzt musst du oben rein drücken. Ich hatte den auch schon. Was soll ich machen? Was? Ich mache so. Ich mache das nicht. Ich mache das nicht. So. Du bist drin. Ich nehme die Schiebe rein. Was wir das nächste Mal machen, ist hier drauf auch noch knieren. Jetzt haben wir noch etwas Neues. Ich habe noch viel Leistung gemacht. Ja. Ich habe alles spät. Das flutscht ja noch. Malibol. Was war das? Ich habe noch vieles entschieden. Das ist nicht ganz. Jetzt machen wir uns rein. Aber wir haben noch eine zu spät. Es ist ein Schuss. Ist das gut? Ja. Richtig. Bist du das graspert? Das ist schwer. In der Luft. Bist du siehst. Gibt es nicht diese Stelle? Ja, das passt schon. Hey, geh mal ein, mach es. Jetzt halten wir ja nicht mehr. Sitzst du hin? Sitzst du nicht? Sitzst du nicht? Kannst du fast auf einem Gesitz setzen. Ja, das ist auch die Baue. Jetzt setzen zu mich. Jetzt will ich da hin. Jetzt muss ich noch mal hin. Da oben. Und der andere ist auch da oben. Ich weiss, wie sie da oben. Jetzt setzen. Jetzt sitzen wir hier. Du musst jetzt schmieren. Du kannst es? Du bist noch nicht? Fertig ist noch nicht. Du kannst es nicht, du kannst es nicht. Du kannst es nicht mehr machen. Nun muss es. Ganz...